Hallo! 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 Du weißt nicht, was du nach der Schule, dem Studium oder der Ausbildung machst? Du willst deine Zeit aber nützlich verbringen? Hast du Lust, was Gutes für Menschen zu tun? Abwechslungsreiche Arbeit gefällt dir? Dann bist du bei uns genau richtig! Hier bei A3 in Deutschland können wir deine Mithilfe gut gebrauchen. Werde Teil einer weltweit tätigen Hilfsorganisation und unterstütze Menschen, die in Not sind, unabhängig von ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion, Weltanschauung oder sexuellen Identität. ADRA engagiert sich im Bereich der humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit in über 130 Ländern. Was erwartet dich bei uns? In einigen Städten in Deutschland befinden sich ADRA-Shops. Das sind Charity-Läden, durch deren Einnahmen einige Projekte finanziell unterstützt werden. In der Zusammenarbeit mit vielen Ehrenamtlichen leistest du hier einen kleinen Beitrag zur globalen Arbeit von ADRA. Viele Spender und Spenderinnen helfen uns dabei. Sie bringen zum Beispiel gebrauchte, gut erhaltene Kleidung zu uns, die wir dann verkaufen. Es ist also auch ein Recycling-Projekt, mit dem wir unsere Umwelt schützen. Deine Unterstützung brauchen wir darüber hinaus auch in anderen Bereichen, wie in der Logistik, zum Beispiel bei der Hilfsaktion Kinder helfen Kindern. Aber auch im Büro bei der Betreuung unseres Online-Shops. Oder du übernimmst repräsentative Aufgaben bei Messen oder Konferenzen. Je nach deinen Fähigkeiten kannst du auch dabei mitwirken, Räume zu gestalten oder im Garten mit Hand anzulegen. Auf jeden Fall bekommst du aber die Gelegenheit, dich im Rahmen von Seminaren und Bildungstagen weiterzuentwickeln. Du findest bestimmt was Passendes bei uns. Untergebracht wirst du in einem Wohntrakt für Freiwillige, Auszubildende und Praktikanten und Praktikantinnen. Hier geht es ganz schön international zu. Sicher findest du hier neue Freunde. Du bist aufgeschlossen? Du bist flexibel und teamfähig? Perfekt! Dann bewirb dich direkt bei uns. Wie du dich bewirbst? Ganz leicht. Schick uns einfach ein Motivationsschreiben mit Lebenslauf. Weitere Informationen zu ADRA findest du auch auf unserer Webseite. Das ist ein Motivationsschreiben mit Lebenslauf.